Freitag, 15. Juni 2018 1.18 Uhr Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, demonstriert im Asylstreit mit der CDU-Härte. In mehreren Interviews zeigte er am Donnerstagabend Unterstützung für seinen Parteikollegen und Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen. Die Menschen in Deutschland erwarten endlich eine echte Asylwende, eine Wende in der Flüchtlingspolitik, sagte Söder im ZDF heute Journal. Die CSU habe bei dem Thema eine geschlossene Haltung. Wir sind der festen Überzeugung, dass nur mit einer klaren deutschen Haltung auch endlich in Europa was bewegt werden kann. Die CSU will, dass Asylbewerber, die bereits in einem anderen europäischen Land registriert sind, an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Kanzlerin Angela Merkel pocht in dem Streit auf europäische Lösungen und lehnt nationale Alleingänge ab. Der Asylstreit droht zum schwersten Konflikt zwischen CDU und CSU seit Jahrzehnten zu werden, eine Chronologie des Asylstreits in der Union können Sie hier nachlesen. In der Bild-Zeitung erklärte Söder laut Vorabmeldung, es gelte, alte Fehler zu beheben. Wir müssen endlich den Asyltourismus beenden. Laut Bild antwortete der bayerische Regierungschef ausweichend auf die Frage, ob er für die Zurückweisung an den Grenzen auch einen Koalitionsbruch riskieren würde. Es sei keine Zeit zu verlieren, die CSU werde Seehofer Rückendeckung geben. Auch in einem Interview der ARD-Tagesdämmen wurden Söder danach gefragt, ob die CSU an dieser Frage die Koalition zerbrechen lassen würde. Seine ausweichende Antwort, wir wollen auf keinen Fall riskieren, Glaubwürdigkeit zu verlieren. Denn ich glaube, das ist heute das Wichtigste. Es geht dabei nicht um die Landtagswahl im Oktober, sondern um eine tiefe Vertrauenskrise in die etablierte Politik. Deswegen müsste die strengere Asylpolitik jetzt umgesetzt werden. CDU-Spitze bittet Schäuble offenbar um Vermittlung mit CSU. Die CDU-Spitze und Unionsfraktionschef Volker Kauder haben nun offenbar Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble darum gebeten, im Asylstreit zu vermitteln. Das berichtet die Rheinische Post. Auf ihren Wunsch muss der CDU-Politiker in den kommenden Tagen mit der CSU-Führung reden, um eine Kompromisslinie auszuloten. Die Zeitung erfuhr dies eigenen Angaben zufolge aus der Parteiführung der Christdemokraten. Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik trotz seiner Loyalität zur Kanzlerin immer wieder eine kritische Haltung eingenommen und besitze auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit, hieß es demnach zur Begründung. Zu einem Gespräch zwischen Kauder, CDU, und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrin soll es demnach erst am Montag nach den Parteigremiensitzungen kommen. Video, CSU konfrontiert Kanzlerin Merkel mit Fristvideo Ronald Wittek e-Pah-E-Farex-Shatterstock das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNCA, forderte Berlin zu einer europäischen Lösung auf. Deutschland ist verpflichtet, bei Schutzsuchenden, die an der Grenze um Asyl nachsuchen, zu prüfen, welches Land zuständig ist, sagte der Leiter des UNCA in Deutschland, Dominik Bartsch, der Zeitung Die Welt. Jedenfalls für die Dauer dieser Prüfung muss die betreffende Person auch bleiben dürfen. Eine Zurückweisung wäre europarechtswidrig, wenn sie nicht auf einer entsprechenden bilateralen Verwaltungsvereinbarung beruhe, sagte Bartsch. Nationale Alleingänge schaden nicht nur den Flüchtlingen, sondern letztlich auch Europa selbst. Ein Problem, das viele Staaten betrifft, kann nur gemeinsam gelöst werden. Abonnieren 2 1 3 3 4